hast du spaß mit der nase da gab es eigentlich mal schon einige tipps für muss ja so ein bisschen olivenöl darüber treuteln habe ich gehört ja nein aber an anderer hat auch geschrieben du sollst hier so eine taucherbrille aufsetzen mag ihr mit taucherbrille ist das taucherbrille aufsetzen ja wir stehen immer noch hungrig am herd wie bei dir was los du hast deine lucky so wir haben die erste schicht er wollte ja wir stehen immer noch hungrig am herd marcus knurrt der magen ja und unsere soße ist auch schon fast soweit die dass man noch ein bisschen köcheln wir haben in der zwischenzeit schon mal die erste schicht creme fraiche aufgetragen und die lasagneblätter nun kommt natürlich das hackfleisch und natürlich wieder lasagneblätter und so geht es weiter bis dahin die grauen freunde wir wollen doch noch fertig gucken was wir wollen doch noch fertig gucken ja irgendwie anders irgendwie anders